Because the river is weak, and this dream done gone dry. Wunderschönen Tag an alle, Achtung, ich führe jetzt was Neues ein. Ach du Elend. An alle Tanten da draußen. Aha. Mal gucken. Ja, ich begrüße auch alle anderen. Aber du wirst deine Gründe haben. Ziel. Ich erzähle, ich höre ja so den ein oder anderen Podcast tatsächlich auch noch. Da gibt es ja so zwei, drei neben uns. Man hört ja davon. Man munkelt, es gibt urbane Legenden darüber. Und da ist es dann doch so, dass je nach Podcast-Titel man die Zuhörer, Zuhörerinnen, was auch immer, dann auch sehr häufig mit dem Podcast-Namen irgendwie in Einklang bringt. Und bei uns steht nun mal das Wort Tante da drin. Und das ist auch multigeschlechtlich in diesem Falle zu sehen. Klaus ist eine Tante, Bärbel ist eine Tante. Und ja, ich finde das gar nicht schlimm. Ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert. Vielleicht identifiziert sich ja der ein oder andere. Wenn das mal keine fiese Matanten gibt. Vielleicht müssen wir auch den Tante erfinden, die männliche Form davon. Ja, die Tantinnen. Wenn wir Geld dafür kriegen, sind es Tantiemen? Nein, das ist egal. Was ist heute das Thema? Also eins der großen Themen. Ja, also nicht wirklich ein Jubiläum, aber in einem so hohen Alter. Also wenn jemand 85 wird, dann ist das auch schon. Und diesmal ist es nicht deine Tante oder meine Tante, sondern die Firma Louis wird im Jahre 2023 85. 85 Jahre, das ist schon was. Und ich weiß auch nicht, dann heißt es immer mal, ist es kein Jubiläum, ist es ein Jubiläum, muss ein Jubiläum rund sein. 85 Jahre ist auf jeden Fall ein stolzes Alter, das kann man kein Punkt da sagen. Ja, und dass so ein Laden so lange lebt, ist ja auch gar nicht mehr so häufig. Genau so ist es. Und dann kommt man natürlich so immer, wir sind jetzt beide auch schon ein paar Tage dabei, obwohl bei mir langt es auch noch nicht mal für die Hälfte der Zeit. Bei mir auch nicht. Also insofern bin ich ja eigentlich noch recht neu in dem Laden. Und da gibt es zwar so einiges, was man dann selbst mitbekommen hat oder was an der Historie einfach ganz interessant ist. Also fange ich da mal beim Urknall an. Und dann, dass die Leflou ja direkt nach dem Krieg, es gab keine Motorräder, waren alle irgendwo geblieben. Die einzigen, die in Hamburg zum Beispiel, zufällig dann, nämlich als die englischen Besatzer abgehauen sind, zu einem großen Teil, haben sie alle Motorräder einfach stehen lassen. Stumpf stehen lassen. Alles was nicht mehr so 100 pro Heil war, nö. Und dann hat er sich zwei Kumpels genommen, einen LKW geliehen, ist losgefahren, hat die alle eingesammelt. Und dann alle zusammengeschraubt und wieder verkauft. Weil das auch ein erschwingliches Fortbewegungsmittel damals dann eben tatsächlich war. Ja. Und das fand ich auch ganz lustig. Ich meine, war das ja auch vorbei, die gab es ja nicht unendlich. Dann wollte er ja eine ganz normale Vertretung für irgendeine Marke oder mehrere übernehmen. Aber die deutschen Firmen waren alle noch so mit sich selbst beschäftigt, die eigenen Strukturen wieder aufzubauen, überhaupt zu gucken, welchen Händler gibt es noch. Und vorher hat doch ein bisschen was kaputt gegangen. Und dann ist er zu seiner Bank und hat gesagt, er würde gerne einen Kredit aufnehmen, weil er möchte, ich meine, es waren drei Royal Enfield. Eine andere Überlieferung, er hat es mir aber, glaube ich, mal so erzählt. Eine andere Überlieferung, er hat gesagt, es war ein AGS gewesen, ist aber auch scheißegal. So, und jetzt war er ja noch sehr jung. Ich möchte gerne drei Motorräder aus England importieren. So, und der Sachbearbeiter da so, ist klar. So, nun kannte ein Kollege von dem Sachbearbeiter, der irgendwie dahinter stand, der hat das mitbekommen und ist dann zu dem Sachbearbeiter in Dürkmaß. Ja, das ist der Sohn von Bruno Lewis. Und Bruno Lewis war ein ziemlich großer Rechtsanwalt in Hamburg, also einigermaßen bekannt. Ja, und dann hat er tatsächlich die Thales dafür bekommen und die hat er noch nicht ganz ausgepackt gehabt, als sie ankamen. Dann waren die auch schon verkauft. Gut, jetzt stand er wieder vor dem Sachbearbeiter. Ja, und dann wollte er erst mal 20 haben. Aber warum nicht? Und so fing das Ganze an. Und ich glaube, dieser Kontakt auch zu überhaupt, diese englischen Motorräder importieren zu dürfen, kam ja auch daher, weil er als Motorrad-Rennfahrer ja sich mehr oder weniger auch schon einen gewissen Namen gemacht hat. Das heißt, diese Beziehungen, auch nach dem Krieg, die hatten dann, sage ich mal, mit einem Deutschen und einem Engländer im Grunde nach nichts zu tun, sondern da waren Motorrad-Enthusiasten unter sich. Er hatte aber auch durch seine Vorfahren und die englischen Besatzer, hatte er gute Kontakte nach England. Das war in der Tat der Fall. Und das hat ja nicht geschadet an der Stelle. Aber um insofern, sage ich mal, von diesen 85 Jahren korrekt zu bleiben, du hast jetzt direkt nach dem Krieg angefangen. 85 Jahre zurück ist 1938 und da geht ja die ganze Louis-Geschichte dem Grunde nach los, weil er eine Motorrad-Werkstatt mit einem gewissen Walter Lohmann zusammen gegründet hat, richtig? Er hat sie nicht mit ihm zusammen gegründet, denn als Lohmann den Laden erst mal alleine gegründet hat, hatte Detlef Glück, weil der Zweite Weltkrieg ging los. Und er war aber ein Studierender, ich höre jetzt auf mit dem Genern. Er war ein Studierender, er war ein Mann. Ja, er hat Flugzeuge und Motorenbau studiert am Technikum in Hamburg und hat dann auch sein Engl noch zu Ende machen dürfen. Und er ist dann doch auch gezogen worden, ich glaube 1942, hat aber ein tierisches Glück gehabt, denn er ist auf die Insel Schimanikok als Funkhelfer gekommen. Und da war aber gar nicht lange, da hätte ich auch noch eine Geschichte zu. Egal, auf jeden Fall, irgendwann wurde dort angefragt, ob unter den Soldaten jemand ist, der Ski fahren kann und Französisch spricht. Und er hat sich gesagt, ja, kann ich ja, ich melde mich einfach mal. Und zack, war er Skilehrer in irgendeinem Erholungslager für Frauen, die irgendwie, das wurden Personal von Flug, irgendwelchen Flughäfen und sowas, die dann, wenn sie mal zur Kur oder zur Erholung, die hat er den ganzen Tag bespaßt. Und das war das, was er dann letztendlich tatsächlich vom Krieg als Soldat mitbekommen hat. Einen hat er sich gelatzt, da war irgendwie ein hohes Tier, das war noch auf dieser Insel Schimanikok. Wo ist die Sinsel? Also, das ist irgendwie ein Niederlande da an der Küste. Und da kam irgend so ein hohes Tier zu Besuch und dann war irgendwie Appell und mal gucken, ob alle ordentlich die Schuhe zu haben und so weiter. Und genau das war sein Problem. Er hat seine richtigen Schuhe nicht gefunden. Und dann ist er da so in Halbschuhen halt hin. Ansonsten natürlich korrekt gekleidet, aber so. Und jetzt kommt dieser, der so die Reihen abgeht, so kennt man ja aus den Filmen, so Oberpeilenwedel und sowas und beleidt bei Delef Louis steht, guckt an ihn runter. Was ist das denn? Sie sehen ja aus wie ein Hamburger Louis. Wie ist Ihr Name? Louis. Also mit Hamburger Louis, wer den Sprachgeber auch nicht kennt, das ist halt ein Hamburger Lodl, ein Hamburger Lude. Also sie sehen ja aus wie ein Zuhälter, hat er ihm eigentlich gesagt. Wie ist Ihr Name? Ja, Louis. Okay. Gut, gab kurz Tumult, aber wurde dann schnell aufgelöst. Ja, und 1946 ist Delef dann in den Laden mit eingetreten. Dann war das Lohmann oder Louis. Aber eigentlich so im selben Zeitraum hat Lohmann, ist der auf die Idee gekommen, dass irgendwie geschäftlich, dass er da woanders größere Chancen sieht, hat dann Holzspielzeug für Kinder gemacht und ist praktisch dann aus 1946 schon wieder rausgestiegen. Und damit war Delef allein hier inne. Ja, und am Ende muss man sagen, auch wenn wir die Geschichte jetzt noch ein bisschen fortführen, hat Delef Louis immer an das Motorrad geglaubt. Auch dann, wenn es im Endeffekt, wenn alle Vorzeichen nicht gut fürs Motorrad standen, hat er immer dran geglaubt und hat immer die richtige Entscheidung getroffen. Ja, seit Ende der 30er Jahre war er ja schon Rennfahrer, hat im Stadtpark auch gefahren. Zu Anfang ist er auf einer BMW gestartet, hat aber gemerkt, so Kadern und Rennen, das kostet zu viel Leistung, hat sich dann eine 350er Norden geholt und ist mit der dann auch beim Stadtparkerinnen, ich weiß nicht wie viel da geworden, relativ weit vorne in seiner Klasse. Und hat aber, wer die Strecke so ungefähr vor Augen hat, also heutzutage ist alles asphaltiert und das meiste. Das war ein sehr kurviger Kurs mit 90% Kopfsteinpflasteranteil. Also wäre heute ein Kartkurs fast, um das mal übertrieben zu sagen. Und der hat einen Rundenschnitt von 110 gefahren. Ja, und das mit den Bremsen von damals, mit den Reifen von damals. Und auf Kopfsteinpflaster. Und auf Kopfsteinpflaster. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja. Wir waren bei 1946 jetzt. Ja, und dann hat er halt losgemacht. Und das hat sich immer weiterentwickelt. Ist dann auch ein paar Mal umgezogen mit seinem Laden, weil der Platz immer nicht ausreichte. Und hat in erster Linie, also sie haben glaube ich auch Adler und noch eine deutsche Marke irgendwann auch gehabt. Aber hauptsächlich eben die Engländer. Und da hat er glaube ich alles im Programm gehabt, was die Insel zu bieten hat. Mit einer Royal Enfield ist er mal die Six Days mitgefahren. Und da war es so, dass er ganz gut lag. Und dann ist ihm das Ding voll in die Grütze gegangen. Und dann war das so ein matschiger Bereich. Alles voll gesungen. Weil Six Days ist immer eine Schlammschlacht hier drauf. Und das war ja ein Riesenfeld damals. Oder ist es heute eigentlich auch noch. Wenn so eine Veranstaltung nun mal läuft. Und alle mussten an ihm vorbei. Weil er steckte fest, mit dem Motor fest und Matsch und schieb mal aus einem fetten Matsch so eine Karre raus. Und alle an ihm vorbei. Und er sah aus wie Sau, weil alle ihn natürlich auch... Eingesaut haben. Du sagtest ja immer, wenn der Motorradmarkt sozusagen am Boden lag, dann hat er Gas gegeben. Er hat zumindest seinen Traum in der Hinsicht nicht aufgegeben. Ja, er hat aber auch recht mutig investiert. Richtig. Irgendwann war ja das Motorrad zwar Fortbewegungsmittel, aber dann kamen die Kleinwagen. Und das war natürlich noch mal besser. Dann war das Motorrad das Fortbewegungsmittel des kleinen Mannes. Fortbewegungsmittel. Und alle kauften sich Autos, keiner kaufte mehr Motorräder. Und er hat aber gesagt, nee, nee, das kommt wieder. Das kommt wieder. Und hat 1960 in Hamburg in der Renzelstraße, direkt neben dem Fernsehturm praktisch, Deutschlands größtes Motorradgeschäft eröffnet. Das war fett. Und er hat durchgehalten. Und dann kam irgendwann der Film Easy Rider. Und dann war die Jugend plötzlich am Start und wollte Motorrad fahren. Und plötzlich war es Rebellentum. Ja. Und plötzlich wusste er gar nicht mehr, worin mit auftreten. Kam ihm natürlich noch eine Sache zugute. Er hat 1968 hat er mit den Leuten von Kawasaki gehandelt oder verhandelt. War ein langer Prozess. Eigentlich hat Kawasaki einen Importeur für Deutschland gesucht. Und dann haben sie Detlefs Laden gesehen und haben gesagt, wow. Und dann musste er aber erstmal nach Japan. Und da wurden ihm dann die ganzen Heavy Industries, weil Kawasaki ist ja nicht Mopeds, das sind ganz kleine Abläge. Inzwischen sind sie auch geschäftlich getrennt. Hubschrauber, Tanker, alles. Man fand auch alles ganz toll. Nur als der Besuch zu Ende war, als er wieder nach Deutschland musste, hat er eigentlich erwartet, er war jetzt mal auf einen Vertrag. Nö. Nö, er musste dann nochmal wieder. Okay. Und dann mit noch viel Überlegung und so durfte er dann tatsächlich den Kawasaki-Import machen, als erster Importeur in Deutschland. Es gab einen, der hat nochmal so eine Handvoll, ich glaube W650 gab es ja damals auch schon mal, drüber geholt, das war es aber. Und dann kam eben die Stunde der Kawasaki 900 Z1, 72 auf der IFMA in Köln vorgestellt und da hat er nicht so viel rankriegen können. Also 73 kamen, da wurden sie dann ja ausgeliefert. Er hat nie so viel ranbekommen, weil er verkaufen konnte. Das heißt, die wurden nicht verkauft, die wurden zugeteilt. Richtig. Ja, also wenn er deine Nase mochte, joa, dann komm hier. Und andere, nö, die sind schon reserviert. Also das hat finanziell, das haben wir echt einen riesen Schub gebracht, natürlich auch Bekanntheitsgrad. Das war schon eine tolle Sache. Und 1970, um hier auch ein paar Namen zu nennen, ist noch Günther Albrecht ins Unternehmen eingestiegen. Ja. Also einer der ersten Geschäftsführer dann neben Detlef Lewis. Ich meine sogar, er war der Erste. Der war der Erste neben ihm, genau richtig. Und er war auch noch unglaublich jung, als er Geschäftsführer wurde. Ich glaube 25 oder so. Genau. Er ist selber auch ein paar Enduro- oder Crossrennen tatsächlich gefahren. Ja. Und war, um da jetzt schon mal vorzugreifen, bis 2010 tatsächlich Geschäftsführer der Firma Lewis. Ja. Seit 1970, also 40 Jahre lang, neben Detlef Lewis. Und Detlef hat das Talent von Günther Albrecht einfach früh erkannt und hat den Jungen nach vorne gebracht. Und der hat sich nicht lumpen lassen. Ja. Ja. 1980 dann, genau. Und dann haben die sich gegenseitig, sag ich mal, ergänzt. Der eine hat sich um den Bereich gekümmert. Genau. Günther Albrecht natürlich in erster Linie Einkauf, Verkauf. Und Stefan Louis war der Personalmensch eher, ne? Ja, Personal, Finanz und solche Sachen. Also da vielleicht, man sagt diesem Stefan Louis ja auch so ein bisschen was nach, wie er so als Typ drauf war. Unabhängig davon, was es da alles so an Nachsagungen gibt, ist es so, ich hatte auch meinen Kontakt mit ihm. Und ich war damals als Stellvertreter für die Filiale Landshut vorgesehen. Und Führungspersonal wurde damals aber immer von Detlef, Entschuldigung, von Stefan Louis auch gesichtet. So nenne ich das jetzt ganz einfach mal. Also es gab keinen, der in der Filiale als Führungspersonal gearbeitet hat, der nicht auch Stefan Louis begegnet war. Und der musste das absegnen. Und da hatte ich dann meinen persönlichen Moment, in dem ich nämlich ein Vorstellungsgespräch bei ihm hatte. Also einmal bei Stefan Louis, was natürlich eh schon so ein, in Anführungszeichen, oh mein Gott, zum großen Chef zu müssen. Und ich musste von Landshut damals nach Hamburg fliegen. Hat Sinn ergeben, einfach um schnell hier oben zu sein. Und das war damals mein erster Flug. Also das heißt so zwei Dinge, wenn man eh schon am Schwitzen und am Rotieren im Kopf war, dann haben diese beiden Sachen nicht zur Entspannung beigetragen. Wie war denn dein Gespräch? Ich weiß noch genau, in welchem Raum das stattfand in der Zentrale. Und das Gespräch war sehr angenehm. Das kann ich nur sagen. Also es war ein Gespräch, was am Ende überhaupt nicht wirklich fachlich war. Also es ging vielleicht zu zehn Prozent um die Arbeit in der Filiale und was ich mir da so vorstelle und so weiter und so fort. Der Rest war sehr privat. Also das habe ich später auch mitbekommen. Er hat sehr gerne gewusst, was die Leute so machen, wie sie so drauf sind, was sie privat so tun, um dann menschlich mehr oder weniger herauszufinden, ob sie für seinen Laden auch geeignet sind. Ja, war bei mir genauso. Na gut, ich musste nicht von Landshut nach Hamburg fliegen, ich war schon da. Aber klar hatte ich meine Bewerbung schon hingeschickt und dann saß ich da nur mit ihm. Dann haben wir kurz Begrüßung und so. Dann haben wir uns eine Dreiviertelstunde über Kunst und solche Dinge unterhalten. Und dann sagte er irgendwann, was wollen Sie im Monat eigentlich haben? Dann habe ich das gesagt. Oh, aber okay. Das war's. Genau. Er ist auch bei mir relativ schnell zur Tür raus. Ja, schönen Tag noch und tschüss. Bei mir, es war nicht schnell. Nein, erst eine Stunde saßen wir locker auch da. Aber die Verabschiedung war dann eher so, wir haben jetzt alles geklärt, wir haben über alles gesprochen. Ja, was willst du noch hier? Genau, was willst du noch hier? Flieg nach Hause, tschüss. Sehr geil. Also die Begegnung, die habe ich immer noch im Kopf. Und dass er auch einmal in der Filiale Regensburg zu Besuch war. Da war es natürlich auch so, da kommt der Geschäftsführer vorbei, die haben rotiert und zwar alle. Ja, vor allem wenn es sich vorher rumspricht. Ich war noch neu bei der Firma, ich war glaube ich ein halbes Jahr da oder sowas. Und er lief dann durch den Laden, wir haben alle unsere Arbeit gemacht. Natürlich, ganz normal, dass der Filialleiter in dem Falle immer höchst nervös. Die hatten dann auch eine Verabredung zum Essen, waren dann auch eine Zeit lang weg und unterwegs. Und dann kam er aber eben nochmal mit dem Filialleiter in die Filiale zurück und hat sich nochmal von jedem persönlich verabschiedet, der in dem Moment im Laden war. Kam dann zu mir, ich habe da glaube ich gerade ein Technikregal oder sowas aufgefüllt, verabschiedet sich von mir und sagt dann, wie viel wollen Sie für Ihre Uhr? Und ich sage, hey, was? Und da schaut er so auf mein Handgelenk nochmal und sagt, wie viel wollen Sie für Ihre Uhr? Und dann sage ich, die ist nicht zu verkaufen. Und dann sagt er, gut, dann halten Sie die in Ehren. Also vielleicht der Hintergrund, das ist eine Glashütteuhr, die ich habe, die habe ich von meinem Vater, die hatte sich damals gekauft, als er aus der NVA, aus der Armee raus ist. Und ja, die trage ich halt hier und da dann eben auch mal mit Stolz und das tat ich eben auch damals. Und die ist ihm irgendwie aufgefallen und dann hat er gleich gefragt, ob er die nicht haben könnte. Das fand ich auch eine witzige Begegnung. Das war meine erste und das zweite war dann dieses Vorstellungsgespräch zwei Jahre später oder so. Ja, also Stefan Louis war auch immer mal für eine Überraschung gut. Ja, definitiv. Das kann man nebenbei noch sagen. Ja, dann, ich weiß nicht, was du jetzt in deiner chronologischen Reihenfolge hier noch aufgeschrieben hast. Ich habe da noch gar nicht drauf geguckt. Ja, aber das ist auch nicht schlimm. Also wir waren jetzt gerade bei Kawasaki und der Vorstellung der Z1. Wir haben ja, vielleicht machen wir einen größeren Zeitsprung, 1996 aufgehört, Motorräder zu verkaufen. Ja, das hatte aber doch triftige Gründe. Weil, jetzt müssen wir wieder zurück. Wir sind, ich glaube es war 1991. Oder ich erkläre mal die Situation vor 1991. T.F. Louis hat den Versandkatalog, den ersten, also wir kriegen immer noch ein älteres Exemplar im Laufe der Zeit. Wir sind jetzt mittlerweile, also das Älteste, was uns Kunden bisher zugeschickt haben, ist tatsächlich 1963. Oh, okay. Also das war noch so ein kleines A5-Häftchen, aber da hat er schon Versand gemacht. Und das hat sich natürlich auch parallel dann entwickelt. Da stand glaube ich auf diesem Versandheftchen auch noch drauf, sehr lange gültig, nicht wegschmeißen. Ja, genau. Und alles noch mit Schreibmaschine. Bis 1990 war es so, dass das Zentrallager in der Süderstraße in Hamburg war. Und das war aber noch für eine Größe konzipiert, die jetzt schon lange nicht mehr stimmte. Ja, wir mussten, um überhaupt arbeiten zu können, mussten wir morgens erstmal eine Stunde mindestens Sachen auf den Hof fahren, damit drinnen die Gänge wieder frei sind, damit wir da rumlaufen können und damit auch das Versandpersonal überhaupt an die Ware rankommt. So, und das war aber alles noch zu Fuß und mit dem Einkaufswagen. So, und da war der Rekord in einer Doppelschicht, wohlgemerkt, weil wir sind zu der Zeit für unsere Verhältnisse, haben wir einfach viel zu viele Aufträge gehabt. Und an der Doppelschicht haben wir es geschafft, an einem Tag 350 Pakete zur Post zu fahren. Wahnsinn. Und das war ja nun schon länger so ein ähnlicher Zustand, deswegen sind wir 1991 nach Hamburg aller Mühe gezogen. Und haben dort tatsächlich das erste, im Motorradbereich zumindest, das erste Logistikteil eröffnet oder in Bezug beziehen können. Ich war teilweise bei der Planung auch dabei, das erste mit Fördertechnik, also Fließband und Automation, also vier Dinge. Und damit waren wir natürlich Chef im Ring, denn wir konnten jetzt nicht mehr 350 in einer Doppelschicht an Paketen, sondern plötzlich so 3.500 am Tag haben wir in einer Schicht locker ganz entspannt gemacht. Ja, das ist geil. Und es ist ja dann sogar so, dass 1994 schon ein weiterer Ausbau von aller Mühe stattfinden musste, weil dieses riesige Logistikzentrum, meine Güte, wo viele der damaligen Mitarbeiter auch gesagt haben, sagen wir mal, wie wollen wir das jemals vollkriegen, dann plötzlich schon aus den Nähten Platzen. Ja, als wir da 1991 rein sind, haben wir die Hälfte der großen Halle, die wir da gebaut hatten, hatten wir leer gelassen, weil die wollten wir vermieten. Bis wir irgendwann mal so weit sein sollten könnten, was war, als sich rumgesprochen hat in der Szene, dass wir innerhalb von ein, zwei, drei Tagen maximal und nicht wie üblich zu der Zeit bei vielen noch so round about drei Wochen so eine mega Lieferzeit haben. Ja, da wurden wir überrannt. Dann kam natürlich der Boom auch noch. Also ich glaube, die höchsten Verkaufszahlen in Deutschland waren 1997 dann. Da sind in einem Jahr, glaube ich, 330.000 Motorräder zugelassen worden. Wir sind jetzt dümpelt immer so kurz über 100. 120, glaube ich, irgendwie jetzt. Es steigt ja schon wieder. Aber das war zu der Zeit, war wirklich die Hölle los. Und 1994 mussten wir tatsächlich anbauen, weil es ging nichts mehr. Das gleiche, aber 1998 schon wieder. Schon wieder, genau. Dann haben wir ein paar Jahre Zeit gehabt. Dann hatten wir erstmal, weil wir haben ja auch immer dann immer gleich größer als eigentlich, damit wir dann doch noch wieder ein bisschen Luft haben. Das war 2007 aber auch schon wieder Essig. Da haben wir das Nachbargrundstück gekauft, auf dem praktisch so gespiegelten Teil von unseren Gebäuden stand, sodass wir ein Verwaltungsgebäude, eine Halle wieder mehr hatten. Das muss man ja auch dazu sagen, dass vorher in dem einen Verwaltungsgebäude, was es gab, alle, also Personalabteilung, Filialen, Management hieß es damals, das Marketing, der Einkauf, alle wirklich in Zuständen Schulter an Schulter mehr oder weniger an Schreibtischen saßen, was gar nicht mehr schön war. 1991 sind wir dann reingezogen und haben gesagt, boah, haben wir jetzt fette Büros. Ein paar Jahre später quetschten sich alle. Ja, das war natürlich dann erstmal wieder eine Entlastung, aber es ist so eine Dauerdynamik einfach. Ja, es wird immer mehr, es wird immer mehr, es wird immer mehr und wir kommen nicht so, also man kann nicht so schnell bauen, wie es mehr wird. Und wir haben, ja, das tun wir teilweise jetzt auch, dass wir Ware auslagern. Leider ja, das kostet auch Geld. Das kostet unnötig viel Geld. Nur der Platz war auch irgendwann mal so ein bisschen zu Ende, allerdings haben wir noch, ja eigentlich zwei, sagen wir mal, 2010, 2011 haben wir dann tatsächlich, also hätte ich früher nie für möglich gehalten, haben wir unser eigenes Hochregallager gebaut. 14.500 Palettenstellplätze. Ja. Krass. Ja. Nur da drin, nur da drin, also unabhängig von der restlichen Logistikfläche, wo ja auch nochmal Paletten stehen, aber da als großes eigenes Außenlager mehr, oder weniger, das Ding ist gigantisch, es gibt ein Foto, als das Ding noch leer war, als ein Azubi-Treffen in Hamburg stattfand, wo die Azubis in diesen leeren Regalen drin hockten. Ja. Ein gigantisch gutes Foto, weil man sieht diese Größe und wenn man jetzt eben da mal drin ist und diese Paletten von Schubert, Schoi, was auch immer da drin stehen sieht, das ist krass. Ich fände es immer noch ein bisschen unheimlich. Ja? Ja. Okay. Weil das ist ja nicht, du guckst ja im normalen Lager, so guckst du dann so mal und sagst, ja, ja, was haben wir hier und dann siehst du auch irgendwann die Decke hier, aber das ist ja eben ein Hochregallager und das ist echt so, wenn das umfällt. Genau. Deswegen darf da auch keiner so zu Fuß drin rumlaufen, das dürfen nur die Stapler. Also die laufen dann nicht, also, du weißt schon. Ja. Auch das war ja irgendwann, das war ja eigentlich, als es fertig war, war es auch schon voll und wir hatten immer noch, so und dann, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, das war so glaube ich 2017, da haben wir dann noch das andere Nachbargrundstück mit Hallen und so weiter noch dazu gekäuft. Die wir jetzt gerade anfangen zu erschließen. Weil da waren halt noch Mietverträge und die mussten auslaufen und kannst ja die Leute auch nicht vor die Tür setzen. Geht ja nicht, das machen wir nicht. Machen wir auch nicht, richtig. Deswegen hatten wir jetzt sehr viel Geduld und jetzt freut sich die Logistik. Oh, endlich wieder Platz. Endlich wieder ein bisschen Platz. Dann ist aber das Gelände oder in alle Mühe auch ziemlich ausgeschöpft gerade. Also weiß ich nicht. Theoretisch ja, aber jetzt sind wir ja auch wirklich Nachbar. Wir sind direkter Nachbar, was auch so ein bisschen die Lieferzeiten erklärt, eines DHL-Frachtzentrums. Ja, also wir werfen praktisch nur rüber. Nein, wir gehen natürlich sorgsam mit euren Paketen um, die werden von so einer Ameise dann entsprechend abgeholt. Aber das ist wirklich das Geile, was mich da immer wieder beeindruckt. Da wird von DHL ja immer so ein Container hingestellt. Der wird dann von so einem freundlichen Mitarbeiter, egal ob es 30 Grad draußen hat und in diesem Container brütet dann die wahnsinnige Hitze oder ob es draußen arschkalt ist und er sich einen abfriert, so Tetris gespielt und dann werden diese Pakete eingeräumt und zwar so platzsparend wie es geht. Und dann wird da kurz angefunkt, dann kommt einer mit diesen vollen Container ab und stellt einen neuen Leeren hin und dann so geht das den ganzen Tag. Ja, weil so ein Container ist schnell voll. Richtig, das ist heftig. Krass. Genau, aber das ist der riesen Standortvorteil dann eben auch, weil die direkte Nachbarn von uns sind. Da sind wir Gott sei Dank schnell. Ja, weil es ist ja gleich da und geht gleich weiter. So schaut es aus. Gleichzeitig mit dem Bau des Hochregallagers 2010, also mit dem Beginn des Baus, ist noch was anderes passiert, nämlich dass Stefan Louis und Günther Albrecht ihre Geschäftsführung aufgaben und Nico Frey und Joachim Grube-Nagel zu den neuen Geschäftsführern wurden. Nico Frey, ich habe da eine wunderbare Eselsbrücke, wie lange ist dieser Herr schon im Unternehmen? Der ist genau in dem Jahr ins Unternehmen eingetreten, als ich geboren wurde, deswegen ist es immer leicht. Demnach ist er gerade tatsächlich 44 Jahre in diesem Unternehmen. Krass. Also der hat angefangen als Leiter Filialmanagement, ich weiß nicht, ob das damals auch schon so hieß, aber er war verantwortlich für den Aufbau des Filialennetzes und du hast ja vorhin auch schon mal in unserem Vorgespräch angedeutet, was war die erste Filiale? Die erste Filiale war Hannover. Okay. Und also nicht die große, die wir da jetzt haben. Ach, war das in der Fahnenweiterstraße? Ich bin immer, nee, ich halte mich wieder zurück in nichts Falsches sagen. Ja, und da ist die kleine Besonderheit gewesen, dass Dedev Louis überhaupt nicht sich damit anfreunden konnte, Filialen zu eröffnen. Ach so, okay. Ja, weil er hat das nicht mehr unter Kontrolle, er weiß ja nicht, was da passiert. So, und Stefan Lüge und Günther Albrecht haben dann einfach, das war glaube ich ein ehemaliges Schuhgeschäft oder Damenbekleidungsgeschäft oder so, haben sie angemietet, fertig gemacht, mit Sachen gefüllt, Eröffnung gemacht und haben Dedev dann die erste, da war ja noch D-Mark, die erste umgesetzte Mark haben sie ihm vorbeigebracht und die ist übrigens aus deinem neuen Laden. Sehr gut. Ich weiß nicht, wann die erste Filiale dann in Bayern in Regensburg aufgemacht hat, also rein zeitlich. Fakt ist aber, und das ist jetzt eine Geschichte von Nico Frey, also unserem aktuellen Geschäftsführer, der es dann eben 2010 wurde. Damals war das noch so, heute sind ja unsere Filialen, das sind ja alles Angestellte, die wir da drin haben, also auch das Leitungspersonal und damals war es ja auch, waren das noch Franchise-Filialen, zum Beispiel eben auch in Regensburg und die Geschichte, die Nico Frey da erzählt, sehr gerne, ist, das ist auch nicht der aktuelle Standort, den wir in Regensburg haben, das war noch ein bisschen woanders, dass da irgendwie eine Arztpraxis oben drüber war, dass der, also was das als Bewandtnis auf sich hat, komme ich gleich zu, aber dass auch der Filialleiter, den es da gab, ja, sich seine Freizeit mehr oder weniger selbst rausgesucht hat, also das heißt, wenn er keinen Bock darauf hatte, dass der Laden geöffnet war, dann hat er zugemacht und hat sich irgendwo in den Biergarten gesetzt. Aber wie gesagt, das war noch ein Franchise. Das war der Franchise, genau. Also das muss man unbedingt unterscheiden. Das hier nichts missverstanden wird. Nein, 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 nein. Wir haben schon ganz lange keine Franchise mehr. Richtig, gar nicht, gar nicht. Ja, wir haben nur eine Filiale mit bei Louis' eigenen Angestellten, richtig, Menschen. Korrekt, aber diese Geschichte zudem, deswegen hat man irgendwann auch damit aufgehört, weil genau solche Dinge passiert sind. Ja, da können die ja auch erzählen. Und die Besondereheit an dieser Filiale war aber irgendwie auch, dass Nico Frey irgendwann angerufen wurde und da hieß es, in der ganzen Filiale ist Blut. Und da ist wohl in diesem oberen Stockwerk, wo sich dieser Arzt befand, da sind mehrere Blutkonserven irgendwie zerstört worden und sind ausgelaufen und es tropfte durch die Decke in unseren Laden rein. Und das ist immer die Geschichte, die er dann gern erzählt und da hat er schon damals irgendwie gesehen so, das sind keine guten Vorzeichen für diese Filiale. Und dann hat man dieses Ding tatsächlich geschlossen, hat auch die Ladeneinrichtung irgendwie in den LKW verfrachtet. Ich weiß nicht, wo man die dann hingefahren hat, um eine neue Filiale wiederum auszustatten. Aber da war mit Regensburg erstmal Sense, um dann später in Regensburg, lass mich lügen, 1999 irgendwie so. Da darf ich mich nicht fragen. Da bin ich relativ sicher. Dort dann tatsächlich die erste richtige Louis-Filiale dann eben unter Louis-Herrschaft sozusagen dann entsprechend wieder aufzubauen. Und die gibt es heute noch, Steinweg, und ja, erfolgreich wie je und je. Ja, sehr schön. Und das mit den Filialen, da bist du natürlich viel mehr zu Hause. Nicht nur, weil du ja Filialeiter warst, sondern ja auch unsere Akademiker bist hier. Genau. Also Trainee. Da ist es ja tatsächlich ganz einfach so, dass wir mittlerweile, wir haben vor vier Wochen die Filiale in Potsdam eröffnet. Das ist jetzt die, lass mich die 87. oder sowas. Ich weiß es nicht. Also ich habe mir das abgewöhnt mitzuzählen, weil es stimmt in sechs Wochen sowieso nicht. Es stimmt, genau. Aber da ist eine Menge wieder passiert. Wir arbeiten voll auf die 90 hin. Da passiert in den Niederlanden wahrscheinlich demnächst was. Vielleicht in der Schweiz nochmal. Wir wollen uns, sag ich mal, überhaupt ins europäische Ausland natürlich noch ein bisschen umgucken. Und in Deutschland wird es hier und da natürlich dann auch nochmal den einen oder anderen Umzug vielleicht auch geben. Das würdet ihr dann alle entsprechend mitkriegen. Aber da passiert halt ständig was. Und so wie Kai eben gerade sagte, das sind immer Gott sei Dank unsere Läden, unsere Angestellten. Und das ist auch gut so, wenn man solche Geschichten dann eben kennt, wo es vorher auch tierisch in die Hose ging. Du hast es sonst einfach nicht unter Kontrolle. Genau so ist es. Hast du so manchmal wahrscheinlich auch nicht. Aber im Großen und Ganzen ist das eine deutlich bessere Nummer. Deutlich besser. Genau. 2010, genau, Nico Frey, unser Filialverantwortlicher damals, wurde dann zum Geschäftsführer und Joachim Grube-Nagel, der vorher unser Personalverantwortlicher war und dann eben auch zum Geschäftsführer wurde. Und somit sind natürlich andere Stellen auch wieder ganz, ganz anders besetzt worden. Und die beiden sind noch bis heute bei uns an der Spitze. Ja gut, also ich denke auch so kurzfristige Sachen macht Louis ja eh nicht. Ja genau so ist es. Ist ja auch nicht anders. So schaut es aus. Ja, hast du sonst noch eine Anekdote? Was ist noch passiert in dieser Zeit? Was du erlebt hast? Ach Mensch, das wären eher so Kundengeschichten. Und ich habe natürlich das große Glück, ich habe eine ganze Menge Filialen gesehen. Also sowohl in meiner aktiven Zeit als auch jetzt in der Rolle als Trainer in der Akademie. Da wir ja bei jeder Neueröffnung dann auch entsprechend dabei sind. Es ist immer wieder eine Herausforderung. Es ist immer wieder witzig. Man begegnet immer wieder den Kunden, dem typischen Motorradfahrer und dem speziellen Motorradfahrer und so weiter und so fort. Ich komme nachher wahrscheinlich nochmal auf die Potsdamer Eröffnung zu sprechen. Sprache ist immer eine Herausforderung. Also als wir damals in Offenburg, ja auch in Sachsen, das ist richtig, hast du recht. Die meinte ich jetzt. Na doch, aber ich direkt. Als wir damals in Chemnitz eröffnet haben, habe ich auch gesagt, Leute, da muss ich hinfahren, hier versteht ihr sowieso nicht. Also ich werde da helfen, weil alles andere passen, Übersetzer. So, und das hat auch wunderbar funktioniert. Das Schöne war, Offenburg, da sind da auch viele französische Kunden unterwegs. Da haben wir uns damals dann auch so ein paar Vokabeln entsprechend drauf geschafft, damit wir zumindest ein paar Sachen sagen konnten. Was natürlich auch für den Job immer sehr, sehr herausfordernd ist. Mademoiselle, Cheselon, Champagner. Die wichtigsten halt, genau. Schön, Schast. Zum Beispiel. In der Schweiz war natürlich die erste Filiale in der Schweiz, in Valisellen, bei Zürich. Schweizer Deutsch, also was ich gelernt habe, ist Rochichaschli. Das heißt Küchenkästchen, Rochichaschli. Ich hoffe, ich habe das jetzt für die Schweizer Zuhörer auch richtig ausgesprochen. Für die Schweizer Tanten. Und da gibt es, sage ich mal, Anekdote, die ich sehr mag. Ich habe dort, das ist ja immer so typisch unser Auftrag, mitgearbeitet, immer eine Woche vorher. Die Leute so ein bisschen warm machen auf alles, auf unsere Produkte, Produktkenntnisse und so weiter, Materialkunde. Und danach, nach der Eröffnung, eine Woche mitarbeiten. Und Eröffnung heißt natürlich auch immer Bude voll. Kennst du auch. Da ist einfach die Hülle los. Bei der eine oder andere war ich auch dabei, ja. Das denke ich mir. Und in der Schweiz dann eben natürlich viel auf Schweizer Deutsch. Ganz klar. Und das ist nicht so, dass man das nicht versteht. Also wenn man sich da ein bisschen konzentriert, so das ein oder andere Warpbröckchen kriegt man mit. Und dann weiß man, alles klar, das möchte der Kunde. Und das hat auch sehr häufig sehr gut funktioniert. Und wenn nicht, dann habe ich mir einen Einheimischen geschnappt und habe gesagt, hier, hilf mir mal bitte. Alles okay. Ich wollte ja aber auch selbst aktiv sein. Also bin ich dann sehr konzentriert an das nächste Pärchen herangetreten. Das da in der Technikabteilung stand. Da haben sie irgendwie Ladegeräte angeguckt. Und ich habe mir selber so im Kopf vorher gesagt, so René, Konzentration. Du fragst jetzt, wie du da helfen kannst. Und dann hörst du ganz genau zu, dass du wirklich die Bröckchen einfängst. Und dann schaust du mal, dass du auch entsprechend weiterhelfen kannst. Also bin ich da hin und habe gesagt, so, habt ihr denn schon das passende Ladegerät gefunden? Kann ich irgendwie hilfreich sein? Und dann drehen die sich um und ich war schon hochkonzentriert. Wirklich? Hochkonzentriert und dachte, so, jetzt aufpassen, was die da sagen. Und dann kam, und das ist kein Spaß. Das hat so stattgefunden und ja. Ich frage so eine BMW und du willst einfach mal wissen, was hier auf dem Stecker passt. In der Schweiz. In Zürich. Und in meinem Kopf war es nur so dieses, wir sind auch überall. Also ich hätte mit vielem gerechnet. Damit tatsächlich nicht. Ich habe in meinem Kopf geschmunzelt. Ich habe die dann weiter und fertig bedient. Dann war auch alles schick. Aber das sind halt so kleine Geschichten, die dann einfach nur passieren. Eine habe ich auch noch. Die können wir vielleicht noch. Ich habe ja, das war so 20 Jahre ungefähr, den Louis-Katalog verantwortet. Und den haben wir immer mit einer relativ kleinen Mannschaft gemacht. Auch von der Produktion hier sehr weit. Das mag ich heute kaum noch glauben. Aber das war dann immer so über vier Monate, so ungefähr sieben Tage Woche. Und der Katalog wurde ja auch jedes Jahr dicker. Und es war, irgendwie muss Dezember gewesen sein, eine Samstagnacht. Ich war noch allein in der Zentrale und damals war die Bewerbeabteilung noch in eine Halle integriert. Das war eigentlich so ein Teil, den wir mal vermieten wollten. Wenn du in der Halle vermietest, musst du auch ein paar Büroräume dann haben. Und da saßen wir nun drin aus Platzmangel. Und wie gesagt, Nacht von Samstag auf Sonntag, muss so halb zwei gewesen sein. Ich war komplett allein in der Firma. Der Hausmeister war irgendwie im Winterurlaub oder sowas. Ist ja auch nicht schlimm. Ist ein bisschen komisch, weil im ganzen Industriegebiet ist ja auch keiner. Und mit einmal geht unsere Alarmanlage los. Und ich so, ja gut, bei dem Wetter, es war so Schneeregen und sehr windig. Da hört ja auch keiner, was für eine große Sache kaputtgeschlagen wird, um die Sachen rauszuholen. Boah, so, was machst du jetzt? Gut, ich musste die Polizei nicht alarmieren, das macht die Alarmanlage selbsttätig. Da habe ich mir gedacht, bis die da sind, das ist der Wall-Jahr. Und dann hatte ich ein Musterstück von einem Auspuff. Das stand bei mir im Büro, in der Ecke. Das war der erste Streetfighter-Auspuff, den wir damals hatten. So ein Fotomuster. Das hatte genau ideale Länge. Und dazu muss ich jetzt nur sagen, zu der Zeit, also schon wirklich ein bisschen her, da hatte ich wirklich Haare noch bis da. Und habe mit Vorliebe Hawaii-Hemden getragen. Und habe dann nur meine Lederjacke übergezogen und wollte auch möglichst schnell jetzt, und bin dann um die Gebäude rumgelaufen, ob ich irgendwo was sehen kann. Streife gelaufen sozusagen, so ein bisschen. Ja, und wenn irgendwo eine Tür auf oder so, dann weiß ich, da seid ihr drin, aber ihr kommt jetzt nicht mehr raus. Sowas in der Art. Und nach der ersten Runde, merkwürdig, nichts zu sehen, da muss man noch eine. Und komme dann wieder um die Hallen rum. Und das ist der Verwaltungsbereich, wo auch zwei Haupttore sind. Ich, wie gesagt, wackele mit meinem Auspuff über die Schulter da lang. Und in dem Moment kommen die Cops. Aber wirklich nicht nur ein Auto, sondern gleich ein paar mehr, so richtig wie in einer kernischen Serie. So Rima, Rima. Und ich wusste, was die jetzt denken. Ich stand also so 10, 15 Meter von denen entfernt. Und ja, die fanden das gar nicht witzig, weil die dachten natürlich, da hat gerade einer schon mal einen Auspuff rausgeholt. Und ich sage, es ist jetzt sehr missverständlich, aber ich kann Ihnen das Tor aufschließen. Ich arbeite hier. Und das war dann alles sehr, sehr unkommod. Weil Schlüssel muss ich natürlich in die Tasche greifen. Das war so, für eine Weile war das heikel. Aber als dann waren wir alle lustig und dann sind wir alle zusammen durchs Lager, haben gesehen, da ist ein Palettenturm umgekippt. Ah, okay. Jetzt weiß ich, irgendwelche Kartons als Schlapp erwiesen haben. Ja, da kann nichts los. Aber so der Moment, wo die Lichter... Also wir können ein bisschen froh sein, dass du heute hier sitzt. Bei manchen ist es schon schief gegangen. Ja, okay, verstanden. Ich hatte die gleichen nochmal, auch Missverständnis auf eine andere Art und Weise. Und da standen tatsächlich zwei Kops so neben und vor meinem Auto. Also für die, wie ein Podcast-Hörner mit gezogener Waffe. Ja. Okay. Das war gar nicht mehr witzig. Da habe ich echt wieder so, jetzt Alter, mach keinen Fehler. Und dann habe ich... Ist egal, gehöre ich ja nicht her. Okay. Aber vielleicht eine Sache noch, weil du gerade über die Katalogproduktion ja auch gesprochen hast. Das war noch etwas, als ich nochmal diesen Werdegang der Firma Louis im Endeffekt so durchgelesen habe. Aber sehr plakativ, sehr geil, habe ich dann gelesen, Achtung, Zubehörkatalog, jetzt mit CD-ROM. Und da musste ich echt schmutzeln. Also das, vielleicht gibt es den einen oder anderen da draußen, der jetzt gar nicht mehr weiß, was das ist, eine CD-ROM. Wir hatten wirklich den Katalog nochmal dann auf CD gebrannt. Die konnte sich jeder auf seinen Rechner ziehen. Und dann im Endeffekt, für die, die damals schon so monitoraffin waren, die konnten dann im Endeffekt da einmal digital durch den Katalog blättern. Und dann war auch noch die Bike-Datenbank... Das war eigentlich das, was... Die Motorbase nannte sich das damals. Ja, da hieß das nur Motorbase. Ja, es war ein bisschen anders geplant. Also wir wollten unbedingt, unbedingt, also Günther Albrecht, unser Eigenschaft als Geschäftsführer und ich, wir hatten tierisch Bock drauf. Und Detlef Louis wollte da, mit sowas wollte er nicht, der wollte sein Papierkatalog und das ist das Echte. Und da mussten wir wirklich, da mussten wir wirklich viel Überzeugung Arbeit leisten. Und damals hat man auf jeder Computerzeitschrift oder was weiß ich, klebte irgend sowas drauf. Mit irgendwelcher vermeintlich kostenlosen Software oder einer Testversion, all so andere Sachen. Und die waren sehr oft finanziert von der Telekom zum Beispiel. Weil die wollten ja die Internetverträge verkaufen. Damals hatte ich ja eine Stunde Internet, ganz zu Anfang habe ich glaube ich noch sechs Mark pro Stunde. Hat das noch gekostet. Und dann war ich tatsächlich mit einem Kollegen aus der EDV, heute heißt es IT, bei der Telekom. Und haben dann mit verschiedenen Verantwortlichen und wir hatten, ich hatte wirklich ein ganz cooles Konzept, sodass auch die Telekom hätte sagen müssen, ja stimmt. So habt ihr so Affinitäten aufgezeigt, was weiß ich nicht. Aber die haben sich dann, ich hatte noch ganz andere Sachen mit vor, weil wenn das finanziert wird, dann hast du das Geld übrig und kannst auch noch tolle Sachen noch auf die CDU mit draufpacken. Aber die Telekom wollte nicht. Ja, dann haben wir es halt so gemacht. Ja, ich fände es nur geil, als ich das lasse. Aus heutiger Sicht einmal journalistisch und als Soldatin jetzt. Ja, und dann gibt es bestimmt auch die eine oder andere Frage da draußen, weil es immer noch genau diese Fans von Katalogen gibt, warum wir das natürlich seit einigen Jahren nicht mehr machen. Im Endeffekt muss man sagen, bin auch ich ein Freund davon, irgendwie hier und da mal das Papier durchzublättern. Der eine Grund ist Nachhaltigkeit, der andere ist die Aktualität. Und das ist, glaube ich, der größte Knackpunkt bei der ganzen Nummer. Dass der Katalog, sobald er gedruckt ist, auch gleich alt ist. Das heißt, die Preise gelten nicht mehr, weil das Internet natürlich da eine ganze Menge kaputt macht. Und das können wir alles auch, auch weil unser, und das ist wieder der Vorteil, unser Sortiment so schnelllebig ist. Also das heißt auch, dass wir morgen vielleicht schon wieder ein neues Produkt aufnehmen. Das wäre dann in dem Katalog auch leider nicht drin. Das ist kein Jahreskatalog eben mehr. Dafür ist die Welt einfach zu schnell geworden. Genau so ist es. Auch wenn es schade ist. Also ich weiß, man kann aber übrigens auch ein Handy oder ein Tablet mit aufs Klo nehmen. Da muss man keinen Katalog haben. Ja, aber wenn das Handy runterfällt, ist es scheiße. Komm, aber auf ein Klo. Am Ende wird es heute genau so sein. Und viele trauen dem Katalog nach, aber es ist nun mal so. Und das ist der Lauf der Dinge. Ja, und ich habe ihn ja lange genug gemacht. Also komplett Produktion mit allem. Also ich weiß auch, was wir da an Geld ausgegeben haben. Auch was es heute jetzt, nachdem die ganzen auch Papierpreise explodiert sind. Das ist in mehrerlei Hinsicht ist es dann unverantwortlich einfach. Das kommt noch dazu. Ja, haben wir mal so ein bisschen die Filmgeschichte abgerissen. So, aufwachen. Ja, apropos aufwachen. Ach so, wie hieß das damals? Das war eine tolle Überleitung. Ja, aber es ist tatsächlich ja so, weil das wollten wir ansprechen. Genau, da muss ich kurz einen Namen nennen. Da ist er. Vincent Breitegger. Hallo. Der junge Mann sprach mich bei der Filialeröffnung in Potsdam an. Der ist nämlich eine Tante, ein Fan unseres Podcasts. Und der war sehr begeistert darüber, dass wir am Ende der Saison über das Einwintern von Motorrädern gesprochen haben. Und demnach wollten wir jetzt einmal ganz kurz über das Auswintern sprechen. Und das können wir mit Sicherheit auch sehr, sehr kurz halten. Denn einerseits können wir sagen, wer sich das Einwintern oder unsere Tipps zum Einwintern perfekt zu Herzen genommen hat, der muss jetzt eigentlich nicht viel machen. Ja, der nicht viel auf dem Zettel. Aber wer es nicht gemacht hat. Wer es nicht gemacht hat. Oder wer es gerne gründlich macht. Zu dem Thema Saisonstart, also das Moped wieder auf die Straße bringen, haben wir ein recht ausführliches Video schon am Start. Deswegen müssen wir das heute nicht euch alles noch wieder erzählen. Sucht mal danach, ihr werdet es schon finden. Und da ist wirklich alles beschrieben und zwar haarklein. Also alles, worauf man entsprechend achten kann. Wo man darauf achten könnte. Man muss ja nicht alles machen. Dann habt ihr schon genug Gespür für, wo ihr sagt, ich muss jetzt nicht gucken, wie alt der Reifen ist, weil den habe ich jetzt letztes Jahr neu. Aber du hast das sehr ausführlich gemacht und das ist auch gut so. Der eine oder andere denkt nicht an alles. Und unabhängig von diesen Tipps, was man da mit der Maschine machen kann, soll, muss, darf, geht es natürlich trotzdem wiederum darum, je nachdem wann ihr anfangt Motorrad zu fahren, wann für euch die Saison beginnt, einfach nur mal auf dem Zettel haben. Selber fit zu sein und aber auch immer die anderen Verkehrsteilnehmer so ein bisschen auf dem Zettel zu haben. Ich glaube, das wisst ihr auch. Aber für die ist natürlich dann das Motorrad auch wieder neue Verkehrsteilnehmer und das ist jedes Jahr das Gleiche. Damit rechnet halt nicht immer jeder. Immer wieder spannend. Ja, lieber Kai, was hast du jetzt wieder vor? Wie viele Helme hast du zu Hause? Eine Handvoll. Die alle auch noch in Betrieb sind? Also wenn du mal fährst. Drei habe ich in Betrieb und zwei werde ich, das sind so immer die Helme, die ich nicht wegwerfen mag, aber ich habe es mit meinem alten Bell, das war noch ein Bell Star, so dieses Zwei-Kilo-Teil, der hat sich einfach irgendwann, hat sich die Innenkalotte einfach mal aufgelöst. Ach, sowas. Ich kam ja auf den Boden, wollte mal wieder aufräumen, dann nehme ich den so und dann so schüttel. Aber drei sind im Betrieb, sagst du? Ja, okay. Ein Jet, ein Cross, ein Integral. Alles klar. Wie oft machst du die sauber? Nicht nur außen? Ich habe nicht so viel Bedarf an Innenreinigung, weil ich schwitze nicht so schnell. Es gibt ja Leute, die laufen, sobald die Sonne ein bisschen scheint, laufen die schon aus. Du kennst ja mein Problem. Ich bin mir immer geil. Richtig. Richtig, richtig. Selbst die 35 Grad Wüste, dann nimmst du dir noch eine Decke. Wir kennen das. Genau. Also auf jeden Fall, wenn die Saison losgeht und bei mir liegen sie in der Garage oben auf dem Regal und dann stauben sie auch so ein bisschen, je nachdem, was ich dann natürlich auch im Winter da betreibe in der Garage, dann mache ich auch meine ganzen anderen handwerklichen Sachen, sind die schon mal ganz schön staubig, ja. Aber dann werden sie halt ordnungsgemäß sauber gemacht. Aber dass ich hier mit Schaumpolster reinige oder was weiß ich nicht alles, das ist nicht oft notwendig. Okay, okay. Das finde ich auch okay, wenn du das so sagst. Warum spreche ich da jetzt drauf an? Und da komme ich jetzt ein bisschen zu dieser Potsdam-Eröffnung vor... Schon wieder Potsdam. Ja, schon wieder Potsdam. Ja, da muss ich nochmal hin. Dann ist nämlich eine Sache passiert und die stieß mir tatsächlich so ein kleines bisschen in Anführungszeichen sauer auf. Also pass auf, jetzt ist es natürlich so, mein Auftrag ist ja da, die neuen Mitarbeiter dann auch entsprechend in diesen Produkten zu schulen. Und unter anderem ist natürlich dann auch dieser Helmpolsterreiniger zum Beispiel dabei. Du hast ihn gerade angesprochen, diesen Schaumreiniger. Ich verstehe das, wenn jemand dieses Produkt nicht kennt, also unabhängig jetzt von unserem Personal, als auch von den Kunden. Warum auch? Wenn ich damit noch nie was zu tun hatte, ganz logisch. Die Sinnhaftigkeit dahinter kann man ja aber erläutern und erklären, warum man dieses Zeug verwenden sollte. Ich glaube, außen einen Helm zu reinigen, ist den meisten Kunden oder auch überhaupt den meisten Menschen klar. Also spätestens beim Visier fange ich dann an, wenn ich nichts mehr sehe. Also wenn es ganz, ganz schlimm wird. Ob ich den Rest des Helmes jetzt unbedingt reinigen muss, mein Gott, stört mich ja nicht. Außer ich stehe einfach auf die Optik. Innen drin gibt es aber tatsächlich Gründe und einen hast du jetzt schon genannt, nämlich das Schwitzen. Der eine tut das mehr, der andere tut das weniger. Was definitiv nicht der Fall ist, möchte ich mal behaupten, ist, dass man gar nicht schwitzt. Weil, also bei kaum jemandem ist das so. Und ich glaube gerade dann, wenn es draußen 30 Grad hat und ich nehme deine Person jetzt mal wirklich aus. Nein, also Moment, Moment. Es ist ja nicht so, dass ich nie und gar nicht, denn sonst wäre mein Bell wahrscheinlich auch gar nicht irgendwann zerfallen, wenn nicht der Schweiß da auch mit drin gewesen wäre. Richtig, also das ist natürlich auch eine Sache, die nicht unbedingt sichtbar ist. Das muss man auch sagen, weil dann hast du dieses Innenfutter des Helms, der dem ja auch die gewisse Passform verleiht und auch die Größe. Und mittlerweile gibt es eine Menge Firmen, die verbauen dann auch noch so ein Sanitized-Futter und sowas. Das ist antibakteriell. Das macht ja von sich aus schon eine ganze Menge und dann nimmst du das gar nicht so wahr. So, alles schön und gut. Ich nehme gerne dieses Beispiel her, gerade wenn ich es unseren Kollegen dann eben auch erkläre, warum sie dieses Produkt auch gerne empfehlen dürfen. Nämlich Bettwäsche zu Hause. Die wird ja bei dem einen oder bei dem anderen, das muss jeder für sich selber ausmachen. Moment, da passieren aber andere Dinge als mit dem Helm. Jeder hat seinen Fetisch. Aber Schwitzen, sag ich mal, wenn man das jetzt mal als Aufhänger nimmt, passiert in dem einen und passiert in dem anderen. Du bleibst beim Schweiß. Ich bleib jetzt erstmal beim Schweiß. Andere Körperflüssigkeiten lassen wir mal außen vor. Was bedeutet das aber? Dass irgendwann einfach mal gut ist. Also das heißt, es ist nicht mehr angenehm, es ist nicht mehr frisch. So nenne ich es jetzt ganz einfach mal. Und ich glaube, jeder kann nachvollziehen, wenn er ein frisches Bett gemacht hat. Wenn er frisch ins Bett gemacht hat? Wenn er ein frisches Bett gemacht hat. Wenn er ein frisches Bett bezogen hat. Ich musste heute Nacht wieder zweimal zum Klo. Und zweimal habe ich liegen geblieben. Ich habe immer diesen Tyrannosaurus Rex beim Betten machen. Also wenn man mal traurig ist, muss man an den denken. Der kann, egal. Auf jeden Fall, dieses Gefühl, wenn man das Bett frisch bezogen hat und dann in das frische Bett geht, ist schon... Ich glaube, das kann keiner so richtig leugnen, dass es schon irgendwie ein cooles ist. Ein frisches Bett rein, in einem frischen Bett schlafen, ist schön. So, worauf will ich hinaus? Dieser Helm wird jeden Tag aufgezogen beim Motorradfahren. Der eine fährt mehr, der andere fährt weniger. Das ist alles klar. Jeder Helm hat im Endeffekt auch eine ganz, ganz andere Kilometerleistung. Aber das macht was innen drin mit dem Helm. Und das ist auch okay, wenn das den einen oder anderen nicht stört und der sagt, mein Gott, dann ist es halt so und ich kaufe mir dann einen neuen. Ich muss den nicht sauber machen. Hauptsache, ich habe eine freie Sicht. Dafür reinige ich hier und da das Visier. Und dann ist das ganz einfach so. Und damit lebe ich dann entsprechend auch. Jetzt lange Rede und so weiter. Wir bieten ja auch Kommunikationseinbau in den Filialen an. Es soll heißen, da kann sich jemand für seinen Helm so ein Kommunikationsgerät kaufen, zum Miteinander quatschen. Und wir bauen diese Dinger dann auch entsprechend gegen Gebühr natürlich ein. Wenn sich ein Kunde bei uns gleich einen neuen Helm kauft und das Ding, mein Gott, ist überhaupt nichts schief gegangen. Und hier war es jetzt eben so, das ist ja dann auch insofern klasse gewesen, weil es den Demonstrationszwecken dient, einem neuen Mitarbeiter da in der Filiale auch gleich zu zeigen, guck mal, so funktioniert dieser Einbau dann auch. Das müssen die auch lernen. Also Auftrag bestand, es standen da zwei Helme oder ganz im Gegenteil, die wurden von den Kunden gebracht und das war schon ausgemacht von einem anderen Mitarbeiter. Und als ich die Helme schon sah, es waren Nolan-Helme. Ich ahne es. Und diese Helme haben schon rein äußerlich von der Schale, wie alt sind denn die? Also war dann die Rede von fünf bis sechs Jahren oder sowas. Ist ja gar nicht schlimm. Und dann drehte ich diesen Helm um, also um ins Innenleben reinzugucken. Und dann hast du dabei geatmet. Das kam noch dazu. Das blieb ja nicht aus, das ist ja fast schon ein Hobby von mir, dass ich ab und an mal atme. Und unabhängig davon, und da standen trotzdem Kunden vor mir und ich bin natürlich da rein sachlich geblieben. Aber ich habe dann schon gefragt, sagen Sie mal, haben Sie den schon mal innen drin sauber gemacht? Und dann kam so der Kommentar, ich habe den schon ewig gar nicht mehr angeguckt, den Helm innen drin. Aber die Futter kann man ja rausnehmen. Dann habe ich gesagt, ja, und wie oft haben Sie es schon gemacht? Gab es keine Antwort drauf. Das ist auch so ein Ding, viele Kunden fragen dann auch, ob das geht und ob ich das mit Ja oder Nein beantworte. Es wird sowieso nicht ausgebaut. Worauf will ich hinaus? Oder diese Helme. Wir haben uns die dann geschnappt. Die Kunden sind in der Zwischenzeit, das ist in Potsdam, so auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Einkaufen gegangen. Wir hatten da Zeit. Und ich habe mit dem Kollegen zusammen den Damen- und den Herrenhelm entsprechend umgebaut. Da war schon ein Kommunikationssystem drin, das musste raus. Das Neue haben wir entsprechend eingebaut. Im Nachgang, muss ich sagen, im Nachgang habe ich mich darüber geärgert, dass wir das gemacht haben. Warum? Ich hätte es ablehnen sollen. Aus hygienischen Gründen. Und zwar aus, ich habe bestimmt, ich kann eine Menge vertragen, das ist wirklich so. Das war nicht nur grenzwertig, das war tatsächlich drüber. Und deswegen mache ich das hier gerade mal so ein bisschen ausführlich zum Thema. Am Ende kann ich sagen, wenn jemand in seinen Helm immer wieder reinschlüpft und das machen möchte, ist das alles okay. Kann er tun. Ich glaube gleichzeitig aber nicht, dass ein Mensch jedes Mal beim Motorradfahren immer über eine Saison hinweg das exakt gleiche T-Shirt anzieht. Die gleichen Socken, die gleiche Unterwäsche, das tun sie nicht, aber der Helm ist immer der gleiche. Ja, aber die Unterwäsche zum Beispiel, er verändert ja auch die Farbe. Das tut ja so das Helm nicht so. Und das kann ich dir ganz ehrlich sagen, war bei dem Helm nicht so. Das heißt, man hat es diesem Helm nicht nur angerochen, wenn man dieses Wort mal erfindet, man hat es ihm auch wirklich angesehen. Und ich rede hier nicht von, dadurch, dass nach dieser Langzeit dieses Futter zusammenfällt und gar keine richtige Form mehr hat. Es war auch so, dass es, und ich nenne jetzt mal, es war schmalzig, es war fettig, es war alles. Und das war dann eine Sache, wo ich sage, das kann jeder für sich selber gerne machen. Aber ich lasse auch nicht meinen Slip umnähen und bringe den dann entsprechend zur Näherin und zwar so, wie ich ihn gerade ausgezogen habe. Da gibt es einfach, in meinem Kopf gibt es da Grenzen, das macht man nicht. Und was noch dazu kommt, und das ist jetzt wirklich ganz allgemein gesprochen, in dem Falle dieses Pärchen, was da stand, das waren ganz gepflegte Leute. Also das hat jetzt, wenn man das jetzt so sagen, nicht zu deren Äußeren gepasst, dass ich sage, naja, ist ja klar, nein, ganz im Gegenteil. Und in meinem Kopf war es dann auch so, dass ich mir vorstellen könnte, dass die vielleicht sogar einen Enkel gehabt hätten. Und wenn der irgendwelche Flecken auf dem T-Shirt gehabt hätte, hätten sie gesagt, also so kannst du doch nicht draußen rumlaufen. Das musst du umziehen. Ja, pass auf, jetzt weiß ich, was passiert ist. Er hat ja gesagt, er hat ihn seit Jahren nicht mehr angeguckt. Ja, das heißt... Innen, er hat ihn aber gefahren. Achso, weil sonst hätte ich jetzt mal gesagt, das Ding hat auch bei ihm im Schuppen gelebt und da haben zwei Frettchen drin gelebt. Und das erklärt dann natürlich, weißt du? Und die zwei Frettchen sind eine schöne Vorstellung, aber nein, genau das nicht. Das heißt, die sind auch viel gefahren, das muss man dazu sagen. Die hatten dieses Kommunikationsset dran, die wollten sich unterhalten. Das alte schon, die haben eine Menge Kilometer auf diese Helme abgespult. Das ist Fakt. Sie sind aber immer wieder da rein und da muss ich dann auch sagen, das merkt man. Das muss man auch selber irgendwie mitkriegen. Also, worauf will ich, lange Rede, noch längerer Sinn hinaus, am Ende, Leute, ihr könnt machen mit eurem Zeug, was ihr wollt. Aber wenn ihr es einem anderen in die Hand drückt, damit er was damit tut, und da spreche ich jetzt mal für unsere Filialenmitarbeiter, es gibt an der Stelle auch wirklich Sachen, die müssen ganz einfach nicht sein. Und das war wirklich, an der Stelle muss ich wirklich sagen, das war definitiv drüber. Und am Ende habe ich mich ein bisschen drüber geärgert, dass ich es nicht abgelehnt habe. Wir bauen das gerne ein. Ich hätte es wirklich den Kunden wieder in die Hand drücken sollen und sagen sollen, pass auf, machen wir. Einmal bitte sauber machen und wiederkommen. Dann wäre alles schick gewesen. Aber gut, ist jetzt rum ums Eck und trotzdem muss das hier einmal raus. Ja. Aber guck mal, dafür sind wir ja auch da, ne? Ja. Dass du dich auch mal aussprechen kannst. Ja, und ich war jetzt noch sehr gefasst. Also ich habe das auch schon anders wiedergegeben. Aber ist egal. In der nächsten Folge haben wir übrigens zwei Mitarbeiter aus der Retourenabteilung. Oh, die können ganz andere Geschichten erzählen. Und wollte ich gerade sagen, da bist du mit der Ekel nochmal noch gut weggekommen. Ich weiß aber, hier unter unserem Filmstudio ist ja auch der Flohmarkt. Da landen ja dann teilweise auch Sachen, die tatsächlich auch schon mal in Gebrauch waren. Und da kenne ich auch Geschichten, da sind Sachen zurückgekommen. Das stellt man sich gar nicht vor. Und das muss jetzt hier auch gar nicht sein. Nee, das würde, wir wollen ja vielleicht gleich noch was essen. Genau so ist das. Ja, aber du fühlst dich wirklich, also jetzt auch in den Schultern ist das jetzt so für dich so. Ja, erstmal so. Wir reden dann gleich nochmal drüber. Du kannst mich nochmal in den Arm nehmen, das wäre ganz lieb. Ja, überlegen wir noch. Aber das war also dein schreckliches Erlebnis in Potsdam. Ich muss dazu eins sagen, das hat mega Spaß gemacht da. Die Kunden total geil, der Standort total geil, die Stadt. Ich war ja auch über das Wochenende da. Und was Potsdam zu bieten hat, das hatte ich gar nicht so auf dem Zettel. Also was diese Stadt wirklich kann und architektonisch und so weiter und so fort gigantisch gut, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Auch die Arbeit da wirklich in der Filiale und dieser Laden ist tip top. Wir haben ja mittlerweile auch so ein Konzept von neuen Läden, wie wir die aufbauen. Hell, übersichtlich. Ist echt ein Traum. Also das ist mal richtig der Knaller. Es gab deutlich, deutlich mehr Positives, als dass es dieser eine Fall jetzt irgendwie negative unterzieht und kaputt macht. Nein, aber trotzdem muss es mal raus. Gut, Schluss. Schluss. Schluss dazu. So, jetzt haben wir noch was Schönes eigentlich. Saisonstart, Gewinnspiel. Ja, da war doch was, ne? Da war doch was. Wer von euch da draußen hat denn vielleicht bei unserem Adventskalender, jetzt ein Stück her, aber mitgemacht? Da gab es ja schon mal sehr, sehr geile Preise. Also da, das haben einige mitbekommen, das haben wir bemerkt. Und dann die, die das kennen, die haben auch bemerkt, Adventkalender hat ja so die Eigenheit 24 einzelne Türchen, die geöffnet werden. Und da werden auch von vielen, wir machen ja viele Firmen, und manchmal kriegst du dann ein Halstuch oder einen Kugelschreiber oder sowas. Aber, ne, das war bei uns schon ein anderes Kaliber, weil wir haben die Lieferanten mit ins Boot genommen. Und das findet auf Instagram statt. Und es sind Preise da, wirklich Komplettausstattung, einzelne Helme, richtig, richtig geile Dinge. Und der Hauptpreis ist eine Yamaha R7. Ja, also so, an so geile Sachen kommt man nicht so oft so relativ einfach ran, weil das ist ja nicht wie beim Lotto, Chance zu 1 von 140 Millionen. Das ist ja noch eine überschaubare Wahrscheinlichkeit. Richtig, und deswegen einfach mal auf Instagram auf unseren Seiten umschauen und dann da am besten zuschlagen. Also, das heißt kommentieren und dann wird das entsprechend ausgelost. Ja, nur, dass ihr das, nicht, dass ihr hinterher sagt, wir haben euch das nicht gesagt. Richtig. Ja, kommen wir zum Buchstaben. Wir haben doch das Ü offen. Ja, letztes Mal hatten wir Ö, da kommt man natürlich einigermaßen was draus machen. Bei Ü finde ich, das ist auch sehr begrenzt. Ach, da ist mir ein Wortspiel eingefallen. Es gibt ja das Wort Übersetzungsverhältnis. Das ist also, wenn du verheiratet bist und was mit einer Dolmetscherin anfängst. Der ist gut. Ja, der ist gut. Das ist mir aber spontan eingefallen. Aber ich hätte das Wort übersteuern, weil es das auch beim Motorradfahren gibt. Das glauben vielleicht die wenigsten. Beim Auto kennen das vielleicht einige. Also, wenn das Heck im Endeffekt einmal rumkommt. Und das wird beim Motorrad natürlich auch, also man kennt das sogar aus der MotoGP, dass es die ein oder anderen gibt, die mehr oder weniger um die Kurven driften, möchte man fast sagen. Und so Supermotos sind natürlich dafür bekannt, genau dieses zu tun. Also, selbst auf zwei Rädern ist eben das ein Thema und das wird dann eben forciert. Und dementsprechend war mein Begriff in dem Fall jetzt übersteuern. Ja, guck an. Und ich habe eigentlich gedacht, ja, mit Ü, das geht wirklich nicht. Und ich hatte auch so, ach Mann, ja, da könnte ich jetzt. Aber das sind alles nicht so tolle Begriffe. Und deswegen, kennst du das Wort Ümm? Ümm? Ja. Einfach Ü und M? Ja, Ü, M, M würde ich sogar sagen. Ich habe es nämlich noch nie aufgeschrieben gesehen. Das ist ein Begriff, du weißt ja, ich halte mich bisweilen im Rheinländischen auf. Und da ist das Wort Ümm einfach beschreibt, dass etwas nicht mehr funktioniert oder kaputt ist. Oder, ja, also wenn der Joghurt abgelaufen ist, der ist Ümm. Ah, okay. Also Ümm. Ja, aber wenn ein Besoffener in der Ecke liegt, der ist Ümm. Ein geiles Universalwort, um zu beschreiben, ist nämlich einfach nur Ümm. Finde ich geil. Bin ich voll dabei. Ja. Ich kenne noch, das gab es bei uns mal, dass einer oder eine einen Üffes angemeldet hat. Kennst du das? Ein was? Ein Üffes. Das geht auch mit Ü los. Also es war ein totales Missverständnis. Es ging um den Jungen namen Yves, der allerdings von seiner Mutter schlichtweg Üffes genannt wurde. Weil so wurde es halt geschrieben, weißt du? Oh Herr. Geil. Ja. Sag mal, ist der Üffes eigentlich gut angekommen? Hä? Wer? Üffes. Yves. Das war. Ja. Üffes Rocher gibt es, glaube ich. Ja. Ja, ja. Das ist ja Kosmetikonkel. Genau so ist er. Yves Monton. Äh, Üffes. Üffes Monton. Der bleibt jetzt auch ein Stück hängen, aber Üben ist auch gut. Also ich sag mal, auch mit Ü wieder was gelernt. Ja. Wenn wir eine Langeweile haben, haben wir ja noch das Überdruckventil. Aber das ist so, äh, nee. Ein Übersetzungsverhältnis wäre ja auch, ne? Ich glaube, die Leute haben auch schon ein Kilometer lange Ohrläppchen. Ich glaube, jetzt ist es auch. Wir haben genug Freude. Wir kündigen dennoch aber schon mal den nächsten Podcast an, denn da werden wir dann hier auch wiederum nicht alleine sitzen, aber diesmal tatsächlich auch wieder zu zweit. Ich habe Angst, ja. Ja, denn, ah, da müssen wir uns echt zusammenreißen, da müssen wir uns schick anziehen und da müssen wir unsere Strafakte irgendwie verschwinden lassen. Vielleicht, denn wir werden hier Polizisten zu Gast haben. Die Hamburger Motorradpolizei wird hier sein. Ja. Wir schauen mal. Jetzt schon mal tief durchatmen und wir wünschen euch da draußen allen Tanten, ich ziehe das jetzt durch, einfach vielleicht auch schon einen wunderbaren Start in die Motorrad-Saison. Es ist noch ein bisschen frisch draußen, aber wenn die Straßen trocken sind, geile Luft, kann ich nur sagen. Viel Spaß. Liebe Zuschauer, denn ebenso von mir ist es noch viel besser und denkt an das Gewinnspiel. Echt, da habt ihr eine relativ hohe Chance, auch weiter abzugreifen. Tschüss. Tschüss. Tschau, tschau. The seven wonders of the world I've seen And many other places I have been Take my advice first And see Beale Street first If Beale Street could talk If Beale Street could talk Marry them what I